Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um den Digital Moneymaker Club 2.0 von Gunnar Kessler. Ich habe dazu ja bereits ein Video auf dem Bonuskiste YouTube Kanal gemacht. Allerdings hat Gunnar den Kurs jetzt komplett umstrukturiert, hat einige neue Inhalte dazugegeben, hat den Mitgliederbereich neu designt und hat daraus eben die Digital Moneymaker Club 2.0 gemacht. Und den sehen wir uns in diesem Video an. Was ist der Digital Moneymaker Club? Im Digital Moneymaker Club, da handelt es sich eben um eine Mitgliedschaft, wo du regelmäßig neuen Content freigeschalten bekommst, mit dem Ziel zu lernen, wie man online Geld verdient. Gunnar Kessler hat das ja perfektioniert. Er kennt einige Strategien, wie es möglich ist, wie in seiner Geschichte, vom Angestellten zum Online-Unternehmer zu werden. Und wie er das Ganze anstellt, welche Strategien vielleicht im Kurs verraten werden, das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Ja, für die Schnellentschlossenen, du kannst dir den Digital Moneymaker Club 2.0 über den Link unterhalb des Videos sichern. Klicke dazu einfach den ersten Link unter dem Video oder gehe auf bonuskiste.com.dmm. Dann kommst du direkt auf die Verkaufsseite, wo ich gerade war und kannst dir das Video von Gunnar, wo er dir erklärt, was die Zielsetzung des Digital Moneymaker Clubs 2.0 ist, kannst du nochmal ansehen. Wenn du über den Link kaufst, über bonuskiste.com.dmm, schenke ich dir eine Bonuskiste dazu, mit meinen besten Videokursen. Was ist in der Bonuskiste enthalten? Einmal der Traffic Booster im Wert von 197 Euro, in dem ich dir zeige, wie du profitable Facebook Werbeanzeigen und Google Ads Anzeigen schaltest. Und ich bin da kein Fan von großer Theorie und so weiter, sondern ich zeige dir das einfach direkt im Ads Account, was funktioniert und was nicht funktioniert. Da gebe ich dir direkt Einblick und du kannst das für dich nachmodellieren. Dann bekommst du dazu mein E-Book, die 10 profitabelsten Nischen im Internet, im Wert von 97 Euro. Dieses E-Book kannst du optimal mit dem Digital Moneymaker Club kombinieren, denn du hast hier die 10 profitabelsten Nischen drinnen, wie der Name schon sagt, kannst auf Digistore gehen, kannst dir in diesen Nischen Affiliate Produkte heraussuchen und kannst diese Strategien, die ich dir im Traffic Booster verrate und die du bei Gunnar Kessler im Digital Moneymaker Club hast, direkt nutzen und kannst diese Produkte als Affiliate verkaufen. Und dann bekommst du von mir dazu den Secret Hack. Das ist eben ein geheimer Affiliate Hack mit Video Tutorial, den ich aus dem amerikanischen Raum habe. Wird in Amerika angewendet, im deutschsprachigen Raum allerdings kaum. Wir sind da einige Jahre hinten. Ich habe diesen Hack quasi in den deutschsprachigen Raum übersetzt, kann man sagen. Und der funktioniert bei uns genauso gut und wird kaum angewendet. Auch das ist ein Videokurs, auch den bekommst du in der Bonuskiste absolut kostenlos dazu, wenn du dir den Digital Moneymaker Club über den Link unterhalb des Videos holst. Wenn du dir den Digital Moneymaker Club 2.0 geholt hast, dann schreibst du mir einfach eine Mail an bonus-at-bonus-kiste.com, schickst mir die Bestellbestätigung und ich schalte dir die Kurse direkt frei. Alles klar, dann schauen wir direkt in den Mitgliederbereich vom Digital Moneymaker. Da, und hier befinden wir uns schon im neuen Mitgliederbereich vom Digital Moneymaker. Du siehst sie bereits. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zurück. Zu welchem Produkt möchtest du? Digital Moneymaker, hier kann ich klicken und hier siehst du bereits, du befindest dich nun im exklusiven Clubraum für Digital Moneymaker Clubmitglieder. Und hier geht es eben darum, online Geld zu verdienen. Der Club ist grundsätzlich so aufgebaut, dass du regelmäßig neue Module freigeschalten bekommst. Das heißt, du siehst hier, du bekommst am Anfang diese Module hier freigeschalten, Modul 1 bis 6 und umso länger du im Club dabei bist, bekommst du immer weitere Module freigeschalten, die dir immer weitere Strategien und so weiter zeigen. Hier siehst du zum Beispiel, wie baue ich mir ein komplettes Infoprodukte-Business auf. 2 von 3, 3 von 3, Facebook-Marketing, E-Mail-Marketing, der eigene Geldautomat, die eigene Webseite. Das heißt, du brauchst dir jetzt nicht hunderte Kurse kaufen, um wirklich alle Strategien zu erfahren, sondern du hast in der Digital Moneymaker Clubmitgliedschaft alles drinnen, was du brauchst und es wird dir auch regelmäßig freigeschaltet, sodass du eben immer Zeit hast, dich auf die einzelnen Videos zu konzentrieren und sobald dir nach einem Monat wieder neue Module freigeschalten werden, kannst du dich dann denen widmen. Alles klar, ich möchte dir einfach hier im Video einen Einblick in ein paar Module geben und dir verraten, was dich erwartet. Natürlich können wir uns nicht alles ansehen, denn wie du hier siehst, das sind über 48 Module und jedes Modul hat nochmal ein paar Videos. Also du hast hier einen extremen Inhalt, dann schauen wir hier direkt rein. Modul 1, 10 Strategien, um online Geld zu verdienen. Mit diesem Modul fängt das Ganze an, du kannst hier draufklicken, Modul 1 und hier verrät dir Gunnar direkt 10 Möglichkeiten, ja, online Geld zu verdienen. Dann geht es weiter mit Modul 2, auch hier, das ist eben eine Audio, Schritt 1, um online Geld zu verdienen, Affiliate Marketing. Schritt 2, um online Geld zu verdienen, Infoprodukte, dein eigener Bestseller und so weiter. Ich möchte hier jetzt gar nicht so viel verraten, hier in den ersten Videos geht es eben wirklich um die Basics im Online Marketing, das heißt, du möchtest dich selbstständig machen in diesem Bereich. Was ist da zu beachten und wie kann man online Geld verdienen? Da gibt dir Gunnar eben Tipps und sagt dir ja, welche Möglichkeiten da er in Betracht ziehen würde, denn er hat ja schon einige Erfahrungen im Online Marketing, einige Jahre. Trading, Facebook und Co., Verkaufstexter, WordPress Profi, finde ich cool, dass Gunnar das hier alles reinpackt, weil das sind oft unterschätzte Möglichkeiten, online Geld zu verdienen und es ist nicht umsonst so, dass Werbetexter so ziemlich die bestbezahltesten Dienstleister im Online Marketing Bereich sind. Schritt 8, um online Geld zu verdienen, ein WordPress Profi, SEO, das heißt, du kannst dich immer auf einzelne Tools, auf einzelne Möglichkeiten im Online Marketing fokussieren, wie zum Beispiel SEO, also das Ranken auf Suchmaschinen wie Google, Grafikdesigner und noch ein zusätzlicher Bonus Tipp. Tipp, dann schauen wir hier direkt weiter, wie du bekommst, was du willst, also wie machst du das Ganze? Auch hier wieder Audios von Gunnar, der dir erklärt, wie das Ganze funktioniert, warum die meisten scheitern, finde ich extrem cool, dass das Gunnar hier in den Kurs reingepackt hat, denn oft scheitert es nicht am Wissen, denn in unserer Informationsgesellschaft haben wir von diesem Wissen meist genug, es scheitert eher an der Umsetzung und dass viele eben zu früh aufgeben, deswegen auch hier extrem wichtiges Modul, wenn es ums Mindset geht. Business done for you, die Komplettanleitung in 5 Teilen, Modul 5, willst du wirklich mehr verdienen? Auch hier schauen wir mal kurz rein, wie schaffst du es wirklich mehr zu verdienen? Auch hier geht es wieder ums Mindset und Gunnar hat hier verschiedene Taktiken und Tools, um dein Denken umzustrukturieren, damit du nicht im alten Denkmuster bleibst, denn da wirst du wahrscheinlich die gleichen Ergebnisse erzielen, die du vorher schon hattest und ja, wie du dein Denken umstrukturierst, das erfährst du eben in diesen Videos. Und dann hier Modul 6, Nischenfindung und Produkterstellung, auch hier gebe ich dir noch einen kurzen Einblick, was dich hier erwartet und zwar hast du hier verschiedene Artikel, wenn ich hier jetzt draufklicke, habe ich hier Affiliate Marketing detailliert erklärt, möchte ich hier jetzt gar nicht drunter scrollen, und das siehst du natürlich dann im Kurs, da kannst du dir dann alles ansehen. Dann schauen wir direkt wieder zurück. Dann gibt es eben hier noch weitere Artikel, wie kann ich bei Null starten? Die meisten haben bis jetzt noch keinen Erfolg im Internet beim Online Geld verdienen gehabt, das heißt, selbst wenn du noch komplett am Anfang stehst, noch keinen Cent online verdient hast, keine Ahnung hast, wie du eine Webseite aufbaust, dann erklärt dir Gunnar hier, Schritt für Schritt, was zu machen ist, um schlussendlich erfolgreich zu werden, denn auch er hatte anfangs keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert, sondern hat sich das alles selber beibringen müssen, und diese Zeit, die er da investiert hat, kannst du dir mit dem Digital Money Maker Club eben sparen, weil er dir einfach sein Wissen komplett weitergibt. Teil 3 ist Strategie, Teil 4, wie bekomme ich Traffic? Ohne Traffic machst du keinen Umsatz, machst du keine Sales, das heißt, wie kommst du an Traffic, was gibt es da für Möglichkeiten? Zu diesem Teil zeige ich dir übrigens im Traffic Booster auch nochmal einige Hacks und Tipps, den bekommst du ja vollkommen kostenlos dazu, wenn du dir den Digital Money Maker Club sicherst, dann schenke ich dir ja den Traffic Booster in der Bonuskiste dazu, und da hast du auch nochmal einige Strategien, wie du an Traffic bekommst. Und der Teil 5, Zusammenfassung. Alles klar, ich hoffe, ich konnte dir hier einen Einblick in den Digital Money Maker Club geben, wie gesagt, es handelt sich eben um eine Mitgliedschaft, wo dir regelmäßig neue Module freigeschalten werden, hier zum Beispiel Module 43 bis 48, und das Ganze baut aufeinander auf, das heißt, du hast anfangs die Basismodule, die Grundmodule, die du verstehen musst, um die nächsten Module umzusetzen. Und so kannst du immer nebenbei dein Online Business aufbauen und bekommst einfach jedes Monat deine 6, 7 Videos freigeschalten, beziehungsweise 6, 7 Module, Videos sind es ja dann mehr, und kannst so direkt mitmachen. Finde ich ein extrem geiler Kurs, und auch einer der umfangreichesten Kurse, die ich bisher testen durfte, denn, ja, hier werden immer wieder neue Module hinzugefügt. Der Online Marketing Markt, der entwickelt sich ja auch extrem schnell, und da ist es extrem cool, dass das Gunnar hier erstens nochmal überarbeitet hat und den Digital Money Maker Club 2.0 daraus gemacht hat, und dass er immer wieder die Module und die Strategien aktualisiert, damit diese auch noch funktionieren. Ja, wie bereits erwähnt, kannst du dir den Digital Money Maker Club über den Link unterhalb des Videos sichern. Das ist direkt der erste Link, den du unter dem Video findest, bonuskiste.com slash dmm, dort kommst du direkt auf die Verkaufsseite von Gunnar und kannst dir das Ganze nochmal genauer ansehen. Du bekommst von mir dazu, wenn du dir den Digital Money Maker Club über den Link unterhalb des Videos sicherst, meinen Videokurs, den Traffic Booster, in dem ich dir zeige, wie du Facebook und Google Ads Anzeigen erfolgreich und profitabel vor allem schaltest. Da filme ich einfach meine Werbeanzeigenmanager und zeige dir das Ganze, und du kannst mir da direkt über die Schulter schauen. Der Kurs kostet normalerweise 197 Euro auf Digistore, schenke ich dir allerdings in der Bonuskiste vollkommen kostenlos dazu, wenn du dir den Digital Money Maker Club über den Link unterhalb des Videos kaufst. Dann bekommst du von mir dazu, mein E-Book, die 10 profitabelsten Nischen im Internet. Das würde ich dir eben empfehlen, dass du das kombinierst, dass du dir hier von diesen 10 Nischen eine heraussuchst und in diesen Nischen zum Beispiel ein Affiliate Produkt auf Digistore heraussuchst und dann die Strategien des Traffic Boosters und des Digital Money Maker Clubs auf diese Produkte anwendest. Kostet normalerweise 97 Euro, schenke ich dir aber auch in der Bonuskiste kostenlos dazu. Und dann bekommst du noch von mir dazu eine meiner Lieblingsstrategien, den Secret Hack. Das ist ein geheimer Affiliate Hack mit Videotutorial und zwar geht es darum, das ist eine Strategie aus dem amerikanischen Raum, die aktuell im deutschsprachigen Raum so gut wie gar nicht angewendet wird, die du aber natürlich auch auf deutschsprachige Produkte anwenden kannst. Wie das Ganze funktioniert, erfährst du eben dann im Secret Hack in der Bonuskiste, nachdem du dir den Digital Money Maker Club über den Link unterhalb des Videos gesichert hast und mir schreibst du danach einfach eine E-Mail an bonus-at-bonus-kiste.com damit ich dir die Kurse direkt freischalten kann.